Hallo, wie geht's? Hier ist Miranda von Taiwan Foodie. Heute zeige ich euch Hähnchenfleisch in Pfeffersauce. Das ist eine unserer Haushalts beliebsten Speisen zu Hause. Das ist auch sehr einfach. Man braucht Hähnchenschenkel im Bein und in große Stücke geschnitten. Hähnchenbrust geht auch, wie ihr möchtet. Dann habe ich noch hier Zwiebel, Knoblauch und Zwiebellauch. Für die Soße ist auch sehr, sehr einfach. Kartoffelmehl, Sojasauce, Wasser, Schwarzpfeffer, Brühpulver, Zucker. Dann rühren wir alle Zutaten für die Soße zusammen. Und das ist eigentlich schon unsere Soße. Für die Zubereitung ist es auch einfach. Ich mache erst mal Salz leicht über jedes Stück von Hähnchenfleisch. Und an der Seite auch genauso eine sehr dünne Schicht vom Salz drüber streuen. Das ist eigentlich schon fertig. Jetzt können wir anfangen zu braten. Hitze an. Mitteler Hitze. Hähnchenschenkel ist schon sehr fettig. Also ich habe hier sehr wenig Öl in der Pfanne. Und dann Hähnchenschenkel hauptseitig runter. Und jetzt Decke zu gut anbraten. So, jetzt mache ich Decke auf. Und wenden. Und ab jetzt nicht mehr Decke drauf, weil wir wollen gerne, dass sie nochmal andere Seite auch gut anrüsten. So, jetzt fische ich das Fleisch raus. Und hier gibt es etwas Fleischsaft und Öl. Lassen wir einfach in der Soße zusammen mischen. Jetzt braten wir hier Gemüse. Zwiebel und Knoblauch rein. Und wenn wir hier warten, können wir die Soße zusammen mischen. Sojasauce, Gewürze und Kartoffelmehl. Und gut zusammen rühren. Braten bis Zwiebel und Knoblauch weich sind. Dann machen wir Zwiebellauch rein. Jetzt machen wir dann Hähnchenstücke rein. Jetzt haben wir ja vorher die schon gerührte Soße und dann machen wir rein. Jetzt kochen wir quasi nur, bis die Soße dick und etwas reduziert, dann ist die Speise schon fertig. Wie ihr hier seht, die Soße ist schön dick geworden und auch die Flüssigkeit ist etwas reduziert. Und was ich gucke, immer mit den Kochlöffeln so kratzen. Und wenn die Soße sehr langsam zusammen fließen, dann ist die Soße fertig. Jetzt können wir servieren. So, das ist schon fertig. Guck mal, wie einfach das ist. Heute haben wir Hähnchenschenkelfleisch in Pfeffersoße gekocht. Wir können jetzt mal probieren. Super lecker. Glaub mir, das passt perfekt zu Reis. Probier mal zu Hause, das ist wirklich echt einfach und lecker. Und danke fürs Zuschauen. Nicht vergessen, Daumen hoch geben und meinen Kanal zu abonnieren. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao. 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 Untertitelung des ZDF, 2020